Einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt. Maniac Mechanics wollen wir anzocken. Wir gucken erstmal rein, dann gucken wir mal extra Charaktere. Ah, wir haben verschiedene Charaktere. Dann kommen noch mehr zum freischalten Ich nehm den. Achso, kann ich gerne noch nicht auswählen. Ranglisten haben wir. Mitwirkende Option, Audio. Steuerung, Barrierefreiheit, Oberflächen, Textgröße. Das ist eigentlich ganz gut so eingestellt. Da sieht man das auch. Deutsch. Couch. Da bin ich mal gespannt. Okay. Okay. Okay, und? Da ist er noch gesperrt. Muss ich erst hier machen, oder was? Ach, ich hab's. Okay. 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 Jetzt irregular. Okay. 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 Laktierung. Kreis um die Tür auf Lagerstation zu werfen. Ach so, da. So, das ist aber... Das war's. Wow. Mal drückt halten, mal im richtigen Moment drücken und mal muss man da mit R3 in die Richtung ruhig. Mh. Hier auch noch was? Das war's. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist Fyreda. Ah komm, gehen wir hin. Ah, das ist Fyreda. Ah, das ist Fyreda. Ah, das ist Fyreda. Das ist Fyreda. Ah, das ist Fyreda. Das war's für heute. Okay. 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 Oh, ich bin Azubi. Das sieht doch ja nicht mal so schlecht aus. Okay. 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 Spoiler. Keine Türen. Okay. 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 How about that? Okay. I really like what was it? What is it? What? What is it? No. Aber ich habe ja noch eine Wasserflasche. Sieht doch ganz gut aus. Jetzt haben wir alles frei, jetzt müssen wir mal das andere goldene Rad, das Zahnrad da oben holen können. Also wir können jetzt den Friedhof weiter, das habe ich ja mitgekriegt. Ah, da ist jetzt auch noch was. Ich hasse das mit diesem komischen Scheiß jetzt, damit der Deckel nicht runterfällt. Manchmal blockiert das, dann kriegst du ja nicht ruhig die Rufgeschraubte. Ey, so eine Scheiße. Direkt aus der Flasche kannst du auch nicht mehr trinken, weil du die halbe Gutsche aufschneidest. Na, bietet Türen und... Okay. Da oben, erstmal Motor hin. Tür. 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 Das war's für heute. 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 Bye. 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 Das war's für heute. 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 Das war knapp. Ah, der Motor ist noch drin. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Mist. Spoiler. jetzt maximal in sterben überhaupt so Mann! 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 Arrgh! Zeit vorbei? Oh, doch noch zwei! Mehr als ich gedacht hätte. Ist das Stadtgebiet frei oder was? Ja. Warte, was haben wir denn hier? Wollen wir den Kreis? Okay, dann können wir die Aufgaben doppelt machen. Was haben wir hier? Ach, Tutorial. Ach, ich habe erst 14. Die Zahnräder während der Aufgabe zielen nicht. Okay. Oh, cool. Alter! Was? Wo ist denn hier Farben? Achso, und das hier? Motor brauche ich. Ich habe nicht gefeiert. So, was ich damit noch? Oh, ich glaube, ich habe auch noch nicht wieder. Okay, ich habe noch nicht gefeiert. Ich habe noch nicht gefeiert. Ich habe noch nicht gefeiert. Ich habe noch was mir gemacht. Ich habe noch nicht gefeiert. Wie ist das? Ach, Motor. Ach, Motor. Das war's für heute. 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 So ein UFO will ich und den Außerirdischen. Ich konnte nur das eine machen. Hier haben wir noch was. Was haben wir denn hier? Oh. 19, also mir fehlen noch welche. Das ist noch nicht frei. Okay, okay. Oh, ich bin schon mit 45 Minuten. Ey, bei diesen Cleans spielen, da geht immer so schnell die Zeit weg. Okay. Was wollen wir denn jetzt? Spoiler brauchen wir. Kommt sie wieder voll durcheinander, aber ich weiß nicht, was noch jetzt beierst. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Energie, Türen und Spoiler, Reife und Busmotor. Kommt jetzt nicht, weil es ein E-Motor ist. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.